Dann gab es natürlich auch die Flugblätter. Nachdem 1450 der Buchdruck erfunden worden war, gab es dann ab den 1480er Jahren eigentlich schon relativ viele Flugblätter in ganz Europa. Und mit Flugblättern konnte man sehr schnell Informationen unter die Leute bringen. Und häufig waren diese Flugblätter polemisch. Es gibt auch solche Flugblätter über Alexander VI., die ausgesprochen polemisch waren.